Wovor hast du am meisten Angst? Wovor ich am meisten Angst habe? Heute? Jetzt aktuell im Moment. Aktuell im Moment. Dass ich zu viele nette Menschen treffe, mit denen ich einen trinken muss und dann danach diese netten, schildbemützten, grün oder blau kleidigen Damen oder Herren treffe auf meinem Nachhauseweg. Und was liebst du? Was ich liebe? Das sage ich dir vielleicht unter vier Augen. Aber eigentlich nette Menschen, nette Gesellschaft. So ein Abend wie heute, schönes Gitter. Ich bin gebrennt, die wir hoffentlich gleich hören werden. Und gut, ich weine natürlich als Pelser. Schenk mir ein bisschen von Pels. Das wird abendsprengen. Mach dein Mikro für mich. Was hast du deine Hosentaschen? Nur ein bisschen. Geh mir ein paar kleine Bisschen. Ein Tasentuch. So, alles wert. Das wird zu sein, wenn ich da kritisier. Sicher meinst fähend. Hier. Mein Autoschlüssel. Noch. Hab ich ihn in der nette abgenommen. Ein Handy. Ein Geldbeutel. Auf Flugmodus, gell? Und den Rest. Also. Da schweigt kein Gentleman. Das ist eine weite. Wo war es? Leider.